Ich habe für den heutigen Part zunächst einmal den Download-Code, der meiner Retail-Version von Crash Team Racing Nitro Fueled Beilag im Nintendo eShop eingelöst. Und das könnt ihr auch alle tun. Ich habe es auch erst wahrgenommen durch die Kommentare, um ehrlich zu sein. Und ich denke, dass es wirklich nur im Retail möglich ist, weil im eShop gibt es das Ganze für teurer mit dem Pack. Und zwar, das ist, ihr seht es vielleicht wegen dem Greenscreen ein bisschen merkwürdig, mein Crash Team Racing für Nintendo Switch. Und wenn ihr das öffnet, gibt es nicht wie früher geile Anleitungen oder so, sondern hier ist der Code. Ihr dürft den Code auch gerne sehen, weil der ist schon eingelöst und damit ungültig. Jedenfalls liegt der Retail-Version bei. Und wenn ihr einen einlöst, bekommt ihr das Elektro-Skin-Paket. Ich denke, damit ist das gemeint. Ja, Elektro-Crash. Ich weiß nicht, ob das von irgendeinem Spiel kommt oder so, da könnt ihr mich gerne aufklären. Elektro-Coco. Aber hier bei Tiger war nichts zum Beispiel. Wir haben Tiny Dobermann freigeschaltet, aber sonst. Hier, Elektro-Cortex. Ja, ansonsten, ihr wisst, es folgt ja auch noch... Grüner Engine. Es folgt ja auch noch Spyro the Dragon als kostenloses DLC. Also, da machen sie schon... Sie halten das Spiel am Laufen und das Ganze auch noch nicht abzocke-mäßig. Also, es wird bestimmt vielleicht noch bezahlbare Inhalte geben, aber wenn man den Großteil geschenkt bekommt, auf gewisse Art und Weise, wenn man einfach nur ein bisschen up-to-date bleibt oder so, dann finde ich das eigentlich okay. Also, die Masche, wenn man so will, kann sie von mir aus so bringen. Fein, dann werde ich mal noch ein bisschen hier... Heute ist Coco an der Reihe, die Schwester von Crash. Und dann machen wir... Was ist das für eine Maske? Das sieht Akku-Akku nicht ähnlich, oder? Aber ich benutze die normalen Outfits, by the way, ne? Für alle Charaktere erst einmal. Wir haben die erste Welt so gut wie abgeschlossen, ne? Da gibt es zwar noch eine Tür, die irgendwo hin weiterführt. Aber wahrscheinlich muss ich da erst die zweite Welt beendet haben dafür. Ja, ja, ich habe getwittert. Gott, was ist denn hier los? Putsch-Arena, braucht man so viele dafür? Was ist das? Okay, da komme ich auch noch nicht hin. Und zehn Relikte, auch die habe ich noch nicht. Also generell kann ich hier in diesem Gebiet überhaupt nichts erreichen, wie ich das so sehe. Guckt euch mal die Map an. Das Einzige, was ich kann, ist weiterfahren ins nächste Gebiet. Das ist ja auch merkwürdig. Zeigen einem schon mal, was hier abgeht. Man darf aber nichts tun. Ist ja witzig. Bam. Nein, ich habe auf Twitter gefragt, wie schwierig das noch wird. Und in der Tat, ja, es gab zwei Meinungen. Zum einen, dass der Schwierkeitsgrad in der Tat noch steigt bei Crash Team Racing. Aber manche meinten auch, das hält sich in etwa die Waage. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Heute gibt es erstmal wieder normale Races, ne? Denn die Relikt-Rennen oder die CTR-Herausforderungen, die kommen erst mit der Zeit. Ja. Deswegen geht es mit Coco jetzt an die erste der vier neuen Strecken hier in dieser Welt. Streng dich an. Danke für den Tipp. Könnt ihr mal einen Timer stellen, wie lang die Wartezeiten sind? Ich habe irgendwas gehört davon, dass auf der PlayStation 4 die Wartezeiten 20 Sekunden betragen. Und hier auf der Nintendo Switch, weil das ist die Switch-Version, 50 Sekunden. Das wäre mehr als das Doppelte. Ich meine, die Ladezeiten sind happig. Ja, keine Frage. Aber 50 Sekunden, das ist ja eine Minute, Alter. Nicht ganz. Sag das nicht. Aber fast. Fast eine Minute. Das muss jeder für sich selbst wissen. Also ich kann drüber hinwegsehen. Ach, wie schön. Der Coco-Park. Verlorene Ruinen heißt das. Heißt die Welt. Das trifft sich hervorragend, wenn wir heute Coco spielen. Ich glaube, die fühlt sich hier wohl. Das hat ein bisschen was vom Pilzkönigreich, ne? Das ist doch ganz klar, der Pilzpatter ist nachgeahmt. Noch runter von der Überholspur. Ja, dann machen wir uns jetzt breit. So viele haben ja auch geschrieben, du musst den Drift perfektionieren. Den Powerslide, den musst du drauf haben. Okay. Irgendwo schon, aber ich muss erst mal die Strecken leeren. Jetzt sind die Wumpa-Früchte doch einzeln auf der... Ich dachte, das wäre überhaupt nicht der Fall. Das ist strange und verwirrend. Nein, ich muss mir halt erst mal die Strecken gönnen, ne? Ich... Ich werde es schon noch probieren, okay? Ich werde mich schon noch bessern. Bislang... Wir konnten die erste Welt so weit abschließen, oder? Wobei es natürlich auch Unterschiede gibt bei den Relikten. Es gibt das Saphir-Relikt. Dann das Gold-Relikt. Und sogar... Platin. Ja, ich hoffe, dass es nichts ausmacht, wenn ich nur Saphir sammle. Ich habe mir das ein klein bisschen grob veranschaulicht, ohne mich spoilern zu lassen, wie das denn ist. Also es passieren schon noch, dass Sachen freigeschaltet werden, wahre letzte Endboss-Kämpfe und so Sachen. Aber braucht man dafür die Platin-Relikte bitte nicht, oder? Reichen die normalen Relikte nicht aus? Für die 100%? Es gibt 100% und 101%. Ich habe gemerkt, dass sind eine Menge Crash-Veteranen jetzt auch hier da. Das freut mich sehr. Hallo, hallo. Und ihr könnt mir gerne auch verklickern, wie das so ist. Weil ich würde es halt schon gerne schaffen, aber Platin, ey. Nein. Ist zumindest nicht Let's Play-tauglich. Vielleicht kriege ich irgendwann einen Rappel und denke mir so, ich muss das hinkriegen. Aber momentan bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Und mit dem, was ich mache. Hey, aber die Herausforderungen der ersten Welt haben uns angetrieben. Blaue Koko. Die Herausforderungen der ersten Welt haben uns verbessert, haben uns gefeilt, geschliffen. Der ungeschliffene Diamant. Denn das war jetzt überhaupt kein Problem. Richtig easy, die Strecke. Und ihr habt doch gesagt, die Nitro-Strecken tauchen erst in den Grand Prix auf. Die können wir uns natürlich auch. Aber echt möchte ich erst mal den Abenteuer-Modus machen. Also ich finde es bis hierhin richtig knorke. Ich finde es knorke. Täglich neue Parts. Bis Let's Play Super Mario Maker 2 kommt bald. Aber im Anschluss, ähm... Aber first, let me take a selfie. Das passt zu ihr, oder? Man hat die so ein bisschen modernisiert, die Koko. Ich glaube, mit der können sie sich wieder identifizieren. Das ist ein beliebter Charakter geworden, oder? Gab's auch erst in Crash Bandicoot 2. Aber in der Insane Trilogy war es dann... Begab es sich, ja. Dass Koko doch als spielbarer Charakter eingebaut wurde. Obwohl sie im originalen Crash 1 nicht spielbar war. Überhaupt nicht existierte, glaube ich. Tiger Temple. Oh, ist hier Tiny Tigers, ähm... Wie soll ich sagen? Tiny Tigers... Eigenes Wohnzimmer. Heimvorteil für Tiny Tiger. Ich weiß es nicht genau. Es gibt auch den kleinen Tiger aus Crash 3. Ja. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen vorankommen. Die Ladezeiten stellen mir da ein Bein. Keine Frage. So, so, so. Da war eine schöne Strecke. Aber da wird es dann wieder interessant. Mit den Buchstaben sammeln. Mit den Kisten sammeln und so. Ach ja. Hier regnet's. Boah, das sieht gut aus. Ach, bei den grafischen Vergleichen. Also die Ladezeiten sind die eine Sache. Aber die grafischen Vergleiche, da wurden PS4 und Switch-Version nebeneinander gestellt. Und ich fand nicht, dass man einen wirklichen Unterschied gesehen hat. Gut, ich hab auf ein Handy geguckt. Aber es sind dann die Kleinigkeiten. Also das fällt wirklich kaum auf. Finde ich jetzt. Die Ladezeiten sind das größte Manko. Guck mal, da war auch wieder oben so ne... So ne Leiter, so ne... Ja, so ne Übergang einfach. Oh shit. Wann wir's euch machen? Vielleicht kommen wir denn da irgendwie hoch. So, ich hab ja gesagt, voll easy. Da muss ich ein bisschen was reißen. Die Bumperfrüchte sind schon mal wieder voll. Das ist immer... Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Watz, 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 watz. Jetzt wird aufgeräumt. Runde 1. Da seh ich auch was auf der Map. Seht ihr das? Ich überdecke es nicht. Das ist gut. Nein, ich bin sowieso nicht auf der Map. Das ist gut. Äh... Da gibt's ne Abkürzung. Ich guck mir das nochmal genauer an, wenn ich vorbeifahre. Das ist jetzt gleich der Falles. Hier. Hier. Was? Das geht nicht auf. Ich weiß nicht, wie es aufgeht. Das sieht auch sehr stabil aus. Wahrscheinlich irgendeinen Schalter betätigen oder sowas. Ach Mensch, die Gier. Ich hatte doch schon die 10 voll. Die Gier, Alter. Hier, für dich! Hier sind schon zwei Tränke. Also optisch, sieht die Strecke richtig geil aus. Vom Verlauf her ist sie relativ basic, aber es gibt so ein paar Gefahren, die es interessant machen. Oh! What? Mit Bomben kann man's öffnen. Natürlich mit was sonst. Ah, nein! Hilfe! Ich will... Nein, das ist Feuer! Ich bin so... Ich habe mir auch gesagt, ich soll lieber die Rennen beenden, dann kriege ich noch... Ja, die Belohnungen. Ah, verdammte Axt. Ey, jetzt weiß ich, wie das geht. Es geht nicht kaputt, aber es öffnet sich. Wahrscheinlich für einen bestimmten Zeitintervall. Dass nicht zu viele reindüsen. Und dass es in der nächsten Runde auch wieder zu ist. Längst wieder zu ist, wahrscheinlich. Das ist cool! Oh, da oben. Ach, das ist der Tiger. Also geht's wirklich um den Tiger und nicht um den Tiny Tiger. Gut. Ich glaube, dass wir noch drüber reden konnten. Ah, ich kann die gar nicht nach vorne werfen, die Kiste, ne? Hier kann ich eigentlich... Erst habe ich versucht, auf die Anzeige zu achten. Aber man sollte wirklich mehr ein Gefühl für den... schwarzen Rauch im Auspuff entwickeln. Das macht's einfacher. Sorry, Bruderherz. Ich finde, es bringt nicht so extrem viel, ne? Der Powerslide. Aber so viele schwören da drauf und sagen, ich soll das unbedingt perfektionieren. Ah, die richtigen Items zur richtigen Zeit. Bandicoot Power. Bandicoot Power. Teilt ihr euch denselben Nachnamen? Oder ist es einfach nur, weil ihr Bandicoot seid? Einfach mal nach hinten abgefeuert. Was mir so ein bisschen als Item fehlt, ist etwas, was dauerhaft schützt. Also es gibt diese Schutzschilder und so. Aber, naja, irgendwas, was man hält, wie eine Banane. Ich sag's einfach mal, ne? Eine Banane. Weil diese Bombe nach hinten halten könnte. oder die Kisten. Wenn man die Taste gedrückt hält, aber das wird abgefeuert und ist weg. Mit Boost ist da wohl nichts zu machen. Chaka! Ich find, wir machen uns, oder? Eben bin ich Dritter geworden. Ich kannte die Strecke nicht. Hab ein bisschen probiert. Bin ins Feuer reingesaust. Jetzt weiß ich, dass hier Feuer kommt. Da ist doch bestimmt ein Buchstabe versteckt. Oder eine Menge Zeitkisten. Bei den Herausforderungen. Es ist halt wirklich so, du musst erst mal das Spiel lernen und beherrschen und es macht mehr Spaß. Das war bei Team Sonic Racing eben so. Es ist bei Let's Plays aber eben meistens so, dass die ersten Parts ausschlaggebend sind, ob die Zuschauer dranbleiben. Ja, und wenn's irgendwann zu langweilig sind, dann spreng's ab! Danke, dass du noch dran bist. Nein, ernsthaft! Und wenn ich dann in den ersten 2, 3, 4 Parts schlechte Leistung zeige, was sowohl bei Team Sonic Racing als auch irgendwie bei Crash der Fall war, da sind manche jetzt abgesprungen und werden nicht sehen, wie die guten Parts aussehen werden. Was? Das sind deine guten Parts? Das ist alles, was du kannst? Das ist blind. Dr. Engine im Tütü? Ihr seid so bescheuert. Herzlichen Glückwunsch! Du bekommst deine Trophäe! War das nicht eben auch schon so? Doch. Hab's nur gekonnt, ignoriert. Das nächste Portal ist hier und wir haben noch eine Menge Zeit. Papas Pyramide! Machen wir doch einfach alle 4, oder? Ich denke, das sollte passen. Yeah, yeah, yeah! Ladezeiten sind harte Zeiten. Das ist der Ladezeiten-Crew-Fo-Yeah! Ladezeiten, Ladezeiten sind harte Zeiten, denn Ladezeiten sind harte Zeiten, harte Zeiten, ladezeiten, ladezeiten, harte Zeiten, ladezeiten, harte Zeiten, ladezeiten, 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 zum Pressure. So. Das muss ich auch mal am vollen Umfang bringen, wenn die schon diese Steilvorlage hier liefern. Das ist wirklich, das mit Sonic 06 sind das die längsten Ladezeiten, die mir irgendwie bekannt sind. Und bei Sonic 06 werden die unterbrochen. Hier sind die am Stück. Papas Pyramide. Ach, der Papus-Typ, das war der, ja, der erste Boss, ne, im Crash 1, dieser, dieser Höhlenmensch, sag ich einfach mal. Neandertaler, soll man Neandertaler sagen? Guck mal, da oben der Jäger. Ist die Buchse zusammengeklappt wie ein Stück Kaugummi? Ah, der ist bestimmt auch der Boss dieser zweiten Welt, der Papus, oder? Der kann man bestimmt auch, ähm, fahren, denn man kann hier so ziemlich jeden fahren, irgendwie. Jeden Gegner, jeden Boss. Nehmt's nicht übel, ne? Aber man steuert bei Crash Bandicoot halt meistens, ähm, Crash Bandicoot. Muss auf diese Leute sich dann eben konzentrieren, wenn überhaupt. auch eine sehr schöne Strecke, natürlich jetzt nicht so mit, mit Regen und alles, macht's nicht so, ähm, okay, da ist links noch ein Weg. Macht's nicht so, also, ja, es ist halt hier nicht am Regnen, okay, aber für das Wetter sieht's schön aus. Wenn's an mir geht, ah, hier muss man schliften, ja. Wenn's an mir geht, müssen sie jedes Mal im Regen fahren, damit das gut aussieht. Spaß. Okay, ich kann mir vorstellen, dass es hier verschiedene Wege gibt. Man. Vor allen Dingen, das hier ist halt prädestiniert. Es gibt einfach schon Kurven, die darauf ausgelegt sind. zum Beispiel die gleich, oder? Ja. Boah, ich krieg noch nicht mal. Nein! Ist jetzt mein Trank von Rot auf Grün zurück, weil ich eine Wumperfrucht verloren hab? Oh, shit. Na gut, die Leute sind mir auf den Fersen. Oh, da ist es auch schon passiert. Ja, wenn man den Rhythmus immer weiter, wenn man die öfter man das macht, desto mehr hat man das einfach im Feeling. Muss vielleicht nicht immer unbedingt jedes Mal gucken auch. Das ist immer buff, buff, buff. Mehr ist das nicht. Der Power Slide. Oh, Mann. Ja, die Kurve killt mich ein bisschen, das gebe ich zu. Haha. Hat sie auch gemacht. Warum muss ich immer an Dixikon denken? Parallelen sind da, oder? Ja, wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir machen das vierte Rennen auch noch. Wäre natürlich godlike, wenn wir im nächsten Part einfach alle Herausforderungen dieser zweiten Welt schaffen. Wo lebst du denn? Aber die normalen Rennen in einem Part? Schnieke. Also es läuft. Und wie es läuft. Die Nase läuft. gut, dass die mir jetzt nicht die ganze Zeit mehr die Tipps geben. Ich dachte, das machen die wirklich durchgehend. Oder nur mit den richtigen Charakteren. Crash für Aku Aku. und Cortex für Uka Uka. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. Trancegrün. So. Dingo Canyon. Oder er ist es. Habt ihr mir geschrieben, der wäre ein Boss des dritten Crash Bandicoot gewesen. Dann habe ich was verwechselt. Ich habe behauptet, Dingo Dingo Molzen, dachte ich. Vielleicht war es ein anderer, den ich im Kopf habe. Oh, das war trotzdem Eisen. Crash 3. Don't know. Und, habt ihr das Spiel inzwischen Interesse? Konntet ihr euch bislang ein Bild von dem Spiel machen? Also, ich bereue den Kauf keinesfalls. Ich muss schon sagen, ich mag auch Team Sonic Racing, aber ich würde wohl Crash mehr empfehlen. Das tut meinem segergeschundenen Herz doch sehr weh. Die Strecke haben wir kurz im Intro gesehen. Mit dem Herr Dingo. Jetzt komme ich. Da sind Gürteltiere. Der Dingo ist auch eins, oder? Ziemlich großes, aber der Dingo müsste auch eins sein. Ziemlich feucht. Ziemlich feucht hier. Matschepfützen. Schlecht ausgearbeitet, die Rennstrecke. Ja, mach ohne Items, kein Problem. Gott, geht's hier eng zur Sache. Himmlehilf. Also, die Strecke ist angelehnt an Crash 3, wo du mit dem Motorrad gefahren bist und so. Das war, das war cool. Was ist das für ein Burger? Da muss ich unbedingt meinen Blick drauf wenden. Da war ein Werbeplakat. Einfach mit Burger drauf, nur nicht mal irgendwie ein Name. Ich hätte mir noch einen Fantasienamen nehmen können, irgendwie. Benicoot Burgers oder so. Weil man glaubt man, dann glaubt man, dass die Burger aus Gürteltieren, ne, aus Beuteldachs vielleicht gemacht wird. Ich weiß ja nicht, wie das so mundet, aber vegan ist das nicht, ne. Die erinnert mich an Armidillo, Gürteltiere. Kennt man vor allen Dingen halt aus den Donkey Kong Games. Aber es gibt doch so einen Nintendo-Charakter, wie heißt der doch gleich? Also, er ist nicht von Nintendo direkt. Dillon, ne, Dillon. Die ganze Zeit kommen irgendwie neue Dillon-Spiele raus. Interesse, ich weiß nicht. Also, der O-Ton zu den Dillon-Spielen ist auch immer, was soll das? Und wer spielt das? Tut mir leid, ne. Das ist so, was ich so als Eindruck gewinne. Schade, wieder nicht gewonnen. Na gut, man kann's halt nicht nicht immer einen First Try schaffen, wenn man die Strecke noch nie gesehen hat. Aber da habt ihr mir zu gucken. Fünf Cent für eine Soda. Ey, fünf Cent? Alter. Gut, jetzt will ich nicht wissen, was das für ein Getränk ist. Die Qualität dieser Soda vermag ich nicht zu beurteilen. Auf fünf Cent? Gießt man doch so fünf Cent. Also, ich meine auch im US-Dollar-Bereich. ich habe auf dem Spielplatz mal ein Viertel-Dollar gefunden. Als Kind. Hat ich lange irgendwie aufgehoben. Habe ich sogar begonnen, so eine kleine Münzsammlung zu machen, als dann die D-Mark aussortiert wurde. Ja, meine Münzsammlung bestand dann aus D-Mark, dem Viertel-Dollar und Franc-Münzen, weil wir 2001 im Urlaub in Frankreich waren. Da gab es noch Franc. Oder Franc werden die ausgesprochen. Gibt es ja auch nicht mehr. Frag mich, was das mal in der Sammlung geworden ist. Nicht viel mehr, kann ich sagen. Ich hatte noch irgendwas Osteuropäisches. Ups. Aber im Endeffekt alles nur dreckiges Geld. Das sind schon etlichen Händen. hier muss ich ein bisschen besser lernen zu driften. Ich muss versuchen, schneller die Kurven zu nehmen. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was Coco für Werte hat. Sollten aber relativ ausgedrückt sein, oder etwa nicht? doch, jetzt haben wir uns mit zwei V-Slides bis nach ganz vorne gearbeitet. Ja, hm, kein Item. Das ist Ziel! Oh mein Gott, war das knapp. Sieben Millisekunden. Egal, es reicht. Ja, manche Kurven haben mir ein bisschen das Leben schwer gemacht, aber das werde ich auch noch lernen, das werde ich auch noch hinkriegen. Im Großen und Ganzen finde ich, habe ich mich gesteigert zu den letzten Parts. Ich glaube wirklich, dass diese Herausforderungen mich ein bisschen mehr haben besser werden lassen. Und Coco durfte sich erfreuen an einem runden, wunderschönen Part mit vier verschiedenen Strecken. Die vier Strecken werden wir demnächst noch weiter ausschlachten. Obwohl, als nächstes kommt der Boss. Dann beginnen wir den nächsten Part mit dem Bosskampf dieser Welt. Sind wir schon so weit, ne? Ich glaube, wenn man einfach nur das Spiel durchhauen will, geht das ganz schnell. Aber wir sammeln alles. Da haben wir die Suppenschüssel. Immer Cortex auf dem zweiten und Crash auf dem dritten. gut. Es ist der Typ. Papu müde von langsamem Rennen zwischen winzigen Schnecken. Papu will mitfahren und großes Boom machen. Papu ist weltbester Fahrer. Papu fahren so schnell, du fressen Staub. Die Wampe auf der Hupe. Na klar, wir kümmern uns drum. Mit dem neuen K-Teil und dem nächsten Charakter. Dr. Angel müsste es sein im nächsten Part. Papu Papus Herausforderung. Yay! Danke fürs Einschalten und dabei sein. Däumchen wäre ein Träumchen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao! Ciao!